Hi! Zwei Zwollock Wii-Kollektionen, zwei Pokéminaten und ein Opening. Hallo! Was haben wir denn hier Feines? Noch die Weg des Jams Zwollock Wii-Kollektion. Und wer hat ihr die Box gereicht? Ich habe sie mir selber weggenommen. Wir haben zwei, zwei Zwollock. In der Hoffnung, mal eine anständige Karte zu ziehen. Welche anständige Karte meine ich? Ich denke, du meinst Mary in Holo, ne? Ja, genau. Natürlich das Shiny Clue-Rack. Ja, das wäre nice. Also ich habe, wie gesagt, auch ein super tolles Video gesehen von den Kollegen von Barabi & Pockevern. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus übrigens, ja. Die haben aus so einer Zwollock Box ordentlich was rausgeholt, ne? Oder? Also ich finde eine Rainbow und eine Full Art. Aber was ist da wahr, gell? So, die Promo in klein. Ja. Dann haben wir die Promo in groß. Ja. A5 XXL nennt wie ihr es wollt. Ein paar leckere Weg des Jams Booster. Es sind genau vier. Und wie immer, die TCG. Online-Coach Karte. Genau. So, die Promo nämlich auch mal aus dem Bild. Hier sind die vier Booster. Die zweiten kommen. So, hier. Schon mal vorbereitet. Komplieren. So. Genau. Perfekt. Wie kannst du gerade hinlegen? Ich fange mal an nebenbei. Ja. Ich mache schon mal die erste Booster auf. So. Wie immer. Erster Code für euch. Weg des Jams. Direkt einlösbar. Rotom Rad. Hyperdrank. Kokona. Zwollock Box. Auch wieder sowas, gell? Mit dem Preis. Also. Wahnsinn. Juuu. Erster Booster. Erster Hit. Fuego. Haben wir noch nicht. Haben wir noch nicht, nein. Super. Und was sagst du dazu, Dean? Ganz gut. Ganz gut. Ganz gut. So ein feuriges Chloak wäre natürlich besser gewesen, ne? Ach, ich krieg's nicht auf. Ach, jetzt. Doch, 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 doch. Ich schläg's nebenan, ja? Ja, nur für den Fall der Fälle. Ach, ja. Ich sag's dir. Was das Set mit uns macht, gell? Du meinst, was wir schon auf der Suche waren? Ey, ich bin bestimmt. Ich bin bestimmt 400 Kilometer rumgedöst, ne? Für das Zeug da. Wer nicht, wer nicht. Und dann, äh, seh ich da Leute, die die, bieb, in den Regalen stehen haben, ne? Gefühlt bis zum Geht nicht mehr. Also, ey, Kevin, deine Hände sind aber geschrumpft. Ja, die sind noch einmal ganz klein und sanft geworden. Hat sich da der zweieinhalb, äh, Pokémon dazu gemogelt? Der halbe. Und wie ist es, Booster aufzumachen, Dean? Gut. Oh, nochmal, ey. Oh, Mary nochmal. Aber die Feuer-Reverse-Energie hatten wir auch noch nicht, ne? Ja, ich glaube nicht. So, du musst mir Platz machen. Dankeschön. Ich nehme jetzt mal die Schere. Tut mir leid, aber... Aber ich erinnere mich, als verborgenes Schicksal rauskam, hast du mich dafür ausgelacht? Ja, aber ich muss ehrlich sagen, bei den Packs, also bei den Boostern, das geht echt manchmal nicht anders da. Ja, es ist halt schwierig, ne? Wenn ich da überlege, dass ich da dran rumzerre, wie so ein Verrückter. Was sagst du allgemein zur Verfügbarkeit hier von den Produkten? Ja, bisher Katastrophe, ne? Egal, wo man anruft, egal. Also Silenbrim ist oft drin, ne? Silenbrim. Gefühlt. Ja, Silenbrim. Die Kollektion kam auch letzte Woche raus, ne? War genauso gut verfügbar. Um die Sache abzukürtchen. Verfügbarkeit ist nicht da. Nummer? Sechzehn? Zufällig? Gardewa! Gardewa! Einmal, ja. Not bad. So, das heißt, aus deiner Kollektion hattest du jetzt schon... Wafueko aus meiner, ja, gell? Ja. Dann hatte ich schon zwei Hits, ja. Und ich hab, äh, gar nix. Ja. Was haben wir bis jetzt? Du kannst ruhig lauter reden, die Leute dürfen dich hören. Ja. Hiiii! Das haben wir ganz am Anfang schon gemacht. Das Hi ist rum, mein Lieber. Ja, ist auch egal. Drei Stück mit dem, was du da anpasst? Yes. Ah, eine könnte nochmal gehen, ne? Also, ich, wie gesagt, ich bin immer noch on fire für... Oh, yes! Immerhin, ne? Und, was ist es? Die Nummer? Die 73. Von 73. Und... Hopp! Wuh! Wuh! Hopp! 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 Super! Da ist meine Laune gleich wieder oben! Jede Zwollock-Box mindestens ein Hit. Super! Also, Zwollock kann man nur empfehlen, zu kaufen. Ach Gott, gibt's ja gar nicht. Ich geh das wirklich zu kotzen, ne? Kann man echt sagen. So, du hast den letzten Booster aus unserer Zwollock-Box. Yes! Und ich glaub, dass ich was durchschauen habe. Jeder, was schwarzes. Oh! Ja! Geil! Drei Hits! Hammer! Dann bleib wohl ich oben, als alle anderen! Du meinst, dann hast du wohl gewonnen. Aber wir haben ja gar kein Battle gemacht. Haha! Mach'n Wettbewerb! Ach jetzt, ja? Jetzt machen wir mal einen Wettbewerb, ja? Okay! Villa Stieb! Haha! Haha! Okay! Ruft mich an! Haha! Also, wenn ich mich noch recht an den Boxtrainer... Das piepste ich aber nicht raus! Die waren schlecht! Haha! Stark, stark, stark! Ja, die Pins war nicht so genial, aber Zwollock dafür... Oh, Zwollock umso stärker! Also für vier, acht Booster, eins, zwei... Oh, guck mal! Ich hab wieder Gefettfinger! Es glitzert! Es glitzert, ja! Außer die Qualität ist wieder Katastrophe! Ja, es glitzert manchmal am Rand, ne? So, Leute! Manchmal ist es am Rand und was, 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 was? Oh! Wie ein Baron! Aber guck hier! Der Rand, der Rand, der glitzert! Schade! So ein Shiny Glorak wär' noch was Feines gewesen! Die guten? Ja! Zeig mal die guten! Zeig mal die guten! Ja, zeig mal die guten! Natürlich kam mal den Wii-Max zuerst! Dann hopp! Gardevoir Wii! Und unglaublich! Fueko noch! Acht Booster! Jetzt war noch nicht unterschlagen! Acht Booster, vier Hits! Ja, kannst du nix dagegen sagen, ist okay! Wie fandest du's? Eigentlich ganz gut! Ja, ich fand's eigentlich auch ganz gut! Ich fand's eigentlich ganz mega gut! Fand ich's? Ja! Wir verabschieden uns! Leute, ich sag nochmal einen kleiner Hinweis! Am Sonntag veröffentlichen wir dann den Gewinner von der TDB-Box, ne? Ja! Deswegen nochmal fleißig kommentieren und abonnieren! In diesem Sinne, macht's gut! Ciao! 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 Hier we go, where we go again! Trying hard, but you wanna be my friend! Ain't no place to hide, ain't no one to run to! Here we go, where we go again! Call my bluff, I'mma be here till the end!